Ich bin doch am reden, warum grätsch du rein? Du hörst mich doch reden, Alter. Du hast doch gefragt. Nein, ich hab dich nichts gefragt! Sei doch jetzt nicht so. Ich starte! Auf geht's, Duisburger Jungs! Du bist jetzt fertig? Ja, ich bin fertig, nachdem ich grätsch hab. Schießt, Alter, für uns! So, gemutet. Freunde, an der Stelle, hallo YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Folge! Ah, so ne Splay mit Kersti! Es ist klasse, es ist stark! Jo, Mr. Bomber! Boah, das war knapp! Also Claire und Bernie sind auf jeden Fall nicht der Bomber! So! 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 Vielen Dank. So, jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Zaro zieht eine Blutspur von der Lifeline ins Office rein von Shoshi. Zuletzt war Dasha oben im Lab, da war noch Wolde mit ihm. Das ist korrekt, Dasha war der Flash, aber für den Flash können mich sehr viele rausnehmen. Aber da müssen wir einen Warfling haben. Weil ich bin gerade hohelektrikel. Ne, du bist nicht in electrical, da bin ich. Ne, ich war mit Geisty vor in Geisty in Mimewell in Weapons und bin dann hohelektrikel gelaufen. Ne, bist du nicht. Faro, ich bin jetzt gerade in electrical und du bist einen Scheißstar. Und ich würde, dein Skin erkenne ich sofort, no, tu. Ich habe da ein besonders gutes Auge für. Du bist nicht in electrical, Claire. Doch, bin ich und ich habe dich da nicht gesehen. Nein, du bist nicht in electrical. Bin ich wohl. Also pass auf, Claire, machen wir einen Deal. Wenn du gerade eben in electrical bist, so kriegst du von mir 10 Subs. Okay. Wenn du nicht jetzt gerade in electrical bist, dann kriegst du die. Egal wie er das macht. Dann schuldest du mir jetzt 10 Subs. So, jetzt halte ich mal bei dir die Schnauze. Smaggy, wo ist die Leiche? An der Deal steht. Liegt an der Lifeline? An der Lifeline. Von da kam Geisty gerade. Ich war mit wo? Die Blutspur hat Faro gehabt. Ne, ich bin in electrical gerade. Ich bin gerade in security. Okay, also Bernie und Claire können nicht der Bomber sein. Aber Claire können die Bomber sein. Es gab eine Bombe im electrical oben. Ach, schön. Ja. Aber ich habe Faro wirklich auch nicht gesehen. Wollte es oben über electrical, habe ich gesehen. Äh, Tester hat mit Bernie das nicht geglaubt. Bernie! Umfragen, tut mir leid. Ich denke nicht, dass Smaggy hier lügen würde. Ich warte mal, er lügt ja nicht, aber es ist keine Wartlinge. Nein, Faro ist seinem Standort gelogen. Ich warte ihn. Nein, Claire, ich freue mich auf die 10 Subs. Okay, also Claire steht dann eben rechts am Lava-Pin. Ich habe ihn da gesehen. Claire, danke für die 10 Subs. Wir, die kommen nicht, ja? Du schuldest mir? Nee, du mir. Junge, ihr. Solche Affen, ne? Die beiden wie so Gorillas. Nee, du schuldest mir. Da haben sich zwei Neanderthaler gefunden, ne? So, jetzt brauche ich noch Smaggy, Wolde und Sayana. Drei Leute noch. Ach, hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Smaggy hat ihn im Lab gekillt. Da haben wir jetzt einen Killer garantiert schon mal raus. Das war aber böse. Smaggy hat ihn im Lab gekillt. Nee, habe ich nicht. Und der ist der Jackal Gasser. Der Jackal. Warte mal, Smaggy. Smaggy ist der Jackal Gasser. Oh mein Gott. Ach, guck mal. Wow. Bullshit S. Ich sag euch, was passiert ist. Er hat vor mir gekillt und er wollte wahrscheinlich den Sass auf mich ziehen. Mh, und du hast ihn jetzt noch rausgegessen, ne, zuflegerweise. Ich hab ihn nicht gegessen. Das ist eine krasse Behauptung. Das ist eine krasse Behauptung. Er hat das bewusst nicht gegessen. Warum soll er sagen, ich bin Jackal Gasser? Weil er wollte, dass man denkt, ich kann gessen. Und er hat sich selbst vergessen. Safe call. Weil du in seiner Trap gestanden bist wahrscheinlich nicht. Ich war nicht in einer Trap. Und der ist nicht der Trapper gewesen. Er hat auch hundertprozentig Dasher gekillt. Ist klar. Smaggy, aber jetzt ist Wolde tot und kann sich nicht mehr rechtfertigen. Das Einzige, was wir nur noch wissen, ist deine Rolle und dass Wolde jetzt tot ist. Ja, okay. Dann wird das richtig sein. Aber Nicole mit Wolde und Dasher war ja schon letzte Runde. Ja, das war schon letzte Runde. Ja, ja. Smaggy, Smaggy, Smagster. Also wenn es eine Trap in Lab gab, dann wird Dasher eher der Trapper gewesen sein. Das wird auch erklären, warum Wolde diesen Risky Kill macht an Dasher. Weil Dasher kam mir entgegen, als ich runter ins Specimen gelaufen bin, ist er rausgelaufen aus Specimen. Und der war vor uns in Lab. Ist das nichts nicht? Nehmen wir uns in einer Art 50-50 so? Either way ist jemand Böses draußen. Achso. Ja, aber ich denke, wir dürfen jetzt hier nicht aus Acht lassen, dass Wolde dafür gestorben ist. Naja, das ist ein Spiel. Der Voldemort. Wir müssen Smaggy voten, weil er hat die Rolle gecolt und ist dann gestorben. Na, sicher, na klar, das war's. Haha. Ihr votet nichts, Smaggy? Was? Also das ist insane. Ihr macht das aus Geistbar. Das ist wirklich aus Mitleid, weil Smaggy die Lobbykacke hat. Nein, ich kann. Nein, weil Smaggy die Lobbykacke findet. Ihr glaubt, jeder findet hier die Lobbykacke. Da müssten wir hin. Wir dürfen gar keinen voten. So, jetzt Zayana und Wolde noch. Komm, zwei, äh, Zayana und Smaggy noch. Du machst deine Runde nur ab. Meine Fresse, ich hab... Ah, wieder so ein knappes Ding. Ja. Schauen wir jetzt davon. Dass wir Smaggy vorher nicht rausgerotet haben. Mhm, jetzt hier mal. Ja, also eine Scheiße. Du hast klar getötet vor Lab-Eingang. Weiß nicht, warum Stugi nicht reportet hat. Vor Lab-Eingang? Nö, nicht vor Lab. Ich bin vor Lab. Elektrical. Sorry, sorry, sorry. Elektrical. Scheiße. Und Stubb, ja. Weil ich gerade mich gewundert habe. Ich bin reingelaufen, da lag noch keine Leiche. Also ich hab zumindest keinen mit Notkam. äh, klar getötet. Ah, okay. Der hast du umgebracht? Aber wir haben eh verloren. Es sind ja zwei Leute tot. Müsst Geist, die der andere Kinder sein. Du konntest es auch verblüffend gut nachmachen. Was, Smaggy, hast du da klargeklägt? Ja. Verblüffend gut. Oha. Ja, jetzt passiert ihm ja nichts mehr. Doch, ich könnte passieren. Der Killer kann mit Zayana voten. Geist, du musst mich voten. Ich vote mich auch selber. Warum? Smaggy hat doch auch schon gewotet. Ja, wenn wir Stugi voten, ist doch schön. Nein, ich hab... Das ist richtig. Könnt ihr Zayana schnitzeln und dann... Ich würde lieber auf Stugi... gehen, weil da könnte ich auch noch mitmischen bei euch. Oha, hallo? Ah, okay. Kann ich noch mitmischen, weißt du? Einen Küchenmixer. Oh, sie ist jetzt. Ich hätte noch gegessen. Der war einfach 30 Sekunden vor Ende. War ich ein Lügner? Ja, ich schätze, ich war ein Lügner. Hey, war ein Geistchen, ne? Ich wollte mich kurz vorher vergessen, damit du noch die Runde holst und dann machst du diesen Moog. Das war ja... Ich hatte gehofft, dass Stugi möglich anfängst, hier rum zu schummeln. Als Hälter, Smaggy gewusst, ich bin da so nichts mit, ne? Da hab ich mich ja gar nicht gevotet. Nee, hast du auch nicht. Ich vertraue dir nie wieder. Ich hab auch... Scheiße. Scheiße. Ja, Freunde, an der Stelle, ich sag einmal hallo YouTube. Leider hat einer gefehlt am Ende, ne? Und zwar Zayana. Smaggy war ja recht offensichtlich, dass der noch gevotet wird. Aber so ist das, liebe Kinder. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, unbedingt auf dem der ersten Channel vorbeischauen. Ja, da gibt es en masse noch Videos, unter anderem auch Content-ähnliche Videos, wie irgendwas zum Beispiel. Dayland Dawson. Lockdown-Protokoll. Ja. Sehr unterhaltsam. Zieht euch die Sachen rein. Der Link ist in der Videobeschreibung. Okay. Und ganz wichtig, Freunde, wir sind immer noch im Sabaton. Heute Tag 78. Wenn ihr das Video seht, sind wir gerade in Tag 80 und auch noch live. Deshalb kommt doch gerne mal in den Stream vorbei. Vielleicht habt ihr ja Bock, mal einen Prime-Sub rauszuhauen, wenn er noch frei ist bei euch. Der läuft immer alle 30 Tage, ist aber mehr kostenfrei, wenn ihr Amazon Prime besitzt. Na, würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann verlängert sich die Streaming-Dauer hier unten um vier Minuten. Ich küss euer Herz. Danke, danke. Küsschen, küsschen, küsschen. Macht es gut.